so ich hoffe verkehrt die kill auch schon gegensatz ich weiß nicht noch bekommen das ist richtig scheiße das geht hoffentlich nicht wenn schon als die aus dem nächsten herunter der hat was macht er leckte oder was los bei ihm er ist richtig schnell bitte gebe ich nicht leute was sage ich die sind echt nicht so das kann ich leften richtig nice es ist so nervig was was er ist Please kick me on the left. 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 Please kick me on the right. Okay. ... ... ... ... ... Jungen, was soll ich machen? Alter, du harte gescheiße, was passiert hier? Wurde nichts machen. Und ich hoffe, ich bekomme es mit den neuen Operator, denn ich habe die noch nie gespielt. Ja, ich habe sie. So, einmal den neuen Operator zu entspülen. Let's go, Alter. Das ist echt fresh aus dem Operator. Wo sind wir die Treppen? Mh, da. Ich habe mir ganz bisserl Ahnung von der Website, das ist ein Hauch, nur so minimal. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht. Nächste Runde, Ella. 10 seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. So. Komm schon, bitte. Nicht verkacken. Junge. Es macht keinen Spaß. Nö. Swap. 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 Was ist das? 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 Was ist das?